Die Bank ist hier verboten. Wie lange sind Sie schon hier? Es ist jetzt die sechste Woche. Sie kennen meinen Mann. Ja, natürlich. Die Bank hat mir ein Angebot gemacht. Noch mehr Geld? Indonesien. Das hat sich ganz überraschend ergeben. Ich brauche dich. Ich will, dass Sie das verhindern. Ich kann keine Entscheidungen revidieren, die andere getroffen haben. Natürlich kannst du das. Viel höher als du geht doch gar nicht. Es wird ein bisschen scheppern. Hast du Angst? Der ist tot, aber der wurde verschleppt. Die Bank wollte nicht, dass die Details publik wären. Seine Hände sind mit der Post gekommen. Welche Hände? Von meinem Vorgehen? Ich habe mich heute übrigens mit deiner Frau getroffen. Ich habe keine Angst vor dir. Der Winkel des Jahres kann sich Gefühle nicht leisten. Du beschädigst das Ansehen der Firma, verhältst sie völlig unberechenbar. Und du bist doch noch mit der Frau des Mitarbeiters rum, der durch deine Intrige... Kurzfristig Karriere gemacht hat. So groß bist du gar nicht.